Aufnahme läuft und action ja bitte in die Kamera das wäre gut wenn ein ausgeborener jetzt da wäre ein geborener ja das wird jetzt unser neues Wort für die Zalando Veganer Halt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge du hast doch auch deine Raukhause mein Raukhause der Raukhause ist sehr sehr geil so Leute wir gehen jetzt was holen ah wir gehen zum Loch oder? ah ne wir haben das ja auch klauen jetzt da ja tscheea ja jetzt wird die Kirche die beiden wir brauchen 150 Bauchstimmel also los Wir könnten aber auch noch für dich die Karte holen. Könnt' wir auch machen, ja, ähm. Nee, du bist reißerleitend, wenn das reicht. Ich sag mal, hör und herzlich komm' bei einer neuen Folge. Forescht! Also ich soll wieder alles wissen. Also ich geh, ich geh sehen, ihr holt die Wegen. Und dann wird's. Ah ja, stimmt, das sind halt da oben. Ja, alle Wegen runterfragen. Ja, okay. Ich seh dir. Der Chef hat gesprochen. Wook. Wook. Wook, wook. Wook. Häschen. Äh, wark. Oh Gott, die sind ja alle drei da hinten. Ja. Uiuiuiuiuiuiui. Wof? Wohin? 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 Oh, ist gerade ein Hase reingeladen. In den Baum? Nee, nee, in den Fallen. Ha! Ja. Wir müssten so und so mal die ganzen Fallen durch. Schauen, ob da nichts was drinnen ist. Ah, die ist ja nicht. Aber die Hasen sind auch etwas doof. Aber egal. Wir bauen eine Kirche, jetzt bauen wir zuerst das Kreuz und zuerst die Kirche. Wohin? 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 Ja. Wohin? Ich hätte hier sogar noch zwölf. Ah, ich hab keinen. Einer. Darf ich mal zuhören? Zwei noch. Zwei noch. Zwei. Zwei. Gap und fliegt nicht lustig. Habt ihr es nicht? Jaja, da war ich schon. Ah. Oh, ein großer kommt. Yay. Kommt, Leute. Der rennt auf mich zu. Na komm, ich stirb schon. Hubschie Ok die Kettensäge nützt nichts Ich will Ende Leute, mach die Tür zu, ich komme Mach sie zu wenn ich durch bin Stefan kommst du auf? Das gibt's doch nicht Wir lassen dich nur zurück Stefan Ach nein Wo ist er? Hör auf Wir haben gleich gearmt Achso du bist auch da Ich geh raus Was? Ja Oh hinter der Eingeborene Warte den kriege ich mit gearmt Oh ne doch nicht Da kommen ein paar Da steht einer schon in der Kirche Bitte beten sie Der will schon beten Ich nehme das kleine Ding da Und dann renne ich mal auf dich zu Komm komm her Ey nicht den Sarg rein Der hat dann seinen Freund zugeknabbert Der hat dann seinen Freund zugeknabbert Du bist nicht nett Der hat dann den Ball Der hat dann den Ball auf mich zu Komm fall von der Klippe Oh Mann ey lass doch mich in Ruhe Ich bin da Das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Du Danke schön fürs sterben Mann Meine Fresse ey Ich hab's doch schon ja Als solche Behinderten Spastika Hast du mich beruhigt? Er hat mich beruhigt ja Ich stehe zwei Zentimeter vor ihm Und der glitscht die ganze Zeit weg Wenn ich ihn mit einem Pfeil anschießen will Ja Ähm Ja Legen runter bringen Leute Nimmst du den? Da hol ich ihn an dann Ja Ja Nehm das bitte Der ist hier noch besser Das 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 ist hier noch besser Pack die Ding weg Mann Stevo? Ja? Ich kann mich ja Ihren Aber Pfeil und Bogen würde ich Für die Ferne nehmen Und nicht für die Nähe Ja ich wollt's jetzt Ich wollt Äh Aus der Ferne hat das noch So schnell schon zu gerannt kommen Er ist noch mal eingeboren Einen wo hab ich gesehen Aber er hat vielleicht auch nicht vor ihm Oh da sind wieder Fischchen drin Fisch Auf dem Tisch Ah Mach eine Falle Bei die Fische rein Wie soll das gehen? Müsst ja nicht gehen Also warte Wie meinst du? Eine normale Falle In den See rein Kann man geblich machen Ok Probe ich dann gleich Moment Ups Eine normale Falle Eine normale Falle In den See Ja Eine normale Falle Ja Eine Falle Eine Hasenfalle Ja Sonst gibt's ja keine andere Falle Die Frage ist nur Wie rum muss ich die reinbauen? Ähm Ja Auf dem Kopf Ich bin ganz normal Ich bin ganz normal Ja 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 12 4 9 15 Danke Sch Volt Ich kann aber ich tun Ich hätte dann nicht gerade sagen Yanke pf drop-up ein nicht das ist nicht ach die eingeborenen schlimmer sind die ausgeborenen die die tür zugemacht du fallst was sieht falsch aus hier bei den Sägen am Rand zwei eingeboren aber wie sie liegen, lauf dem Ramm so sieht es so falsch aus und dann geht es hier ich fühle die ganze Zeit schon auf ich fühle die ganze Zeit schon auf ich muss mich mal hinsetzen ich muss mich mal hinsetzen was, willst du die zwei noch haben? ne, es reicht gereicht für die Säge ok, ich setz mich mal kurz hin dass mein Energie wieder oben ist ich guck euch mal ein bisschen mit der Arbeit wissen so die drei Säge sind gemacht juhu jetzt gehen wir ans Kreuz da wird man ja aufs Kreuz gelegt ne schreckt hier ich kann ich arbeiten sind w ein bisschen. Wenn man die Kirche gemacht hat, kommt ein spezieller Gegner rein. Jo, sagt der angeblich. Das kommt so ein Zombiekaster oder was? Keine Ahnung. Das ist ja hier richtig kritisch. Eine kleine Kette. Das ist ja wirklich Stefan Lettingen. Wir sollten uns vielleicht in Sicherheit bringen. Ach nö. Ich bin ja mal gespannt, was da kommt. Bauen wir Esther noch irgendwo? Ja. Ich bin ja mal mit dem Kreuz, oder? Die Stöcken. Ja, das ist bei den Spannen immer noch. Die werden die Feuer nicht mitgemacht haben. Ich werde schon paranoid. Hier. Ja. Muss ich da reinlegen? Für was sind die Serke eigentlich? Natürlich. Ja. Ich schau mir die mal an. Aber es wird dir nix angezeigt. Ich steine lassen haben. Ah, das wäre wahrscheinlich nur so als Zierde sein. Was? Als Zierde. Als Deko. Aha. Ich dachte, ich mach mal alles. Ich klinge den Wagen entgegen, Sandra. So. 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 So, einer hier. So. 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 Was ist zu, Stefano? Die Hasenfalle. Tut mir leid, kleiner Mann. Wir sorgen für dein Wohlbefehl. Den, dem du tot bist. Dort, wo du hinkommst, ist es schön warm. Ähm, Ofen. Soll ich da Bäume füllen? Wie du magst. Okay. Du musst Bäume füllen, ja. Äh, ich kümmere mich gerade um die Äste und äh, die Scheine. Macht warm? Keine Ahnung. Tö, Tö, Tö! Tö, 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 Tö! Tö, Tö, Tö! Mach schnell hier die kleine Spoiler, das bei mir jetzt ein bisschen, dass ich mich niemals Machst du es bei der Bank hin? Beim See ungefähr. Ich habe es ein bisschen näher, ja ich habe es nahe am See gemacht, weil die Bank ist ein bisschen besser. Weil dann kann man sich auch gleichzeitig ausfassen und vielleicht auch. Da, da ist er hin. Ich habe nur was zu essen. Wir müssen sowieso gleich zurück, dann ist es dunkel. Was ist denn da? Dunkel? Ja, also gehen wir gleich zurück, ja. Hast du den Wagen? Okay. Vorsicht, das Feuer. Ja. Das Kreuz baust du gerade? Was? Das Kreuz baust du gerade, habe ich gesagt. Ja. Ja. Nimm dir Stix noch mit, was? Stix, ich habe einen Baum. Ja, ich habe einen Baum mit. Ja, ich habe einen Baum. Ups, Entschuldigung. Das ist eine Baumstelle, einfach so. So, hier. Hey, auf der Lacht. Nur noch zwei Baumstelle. Aber gehen wir ja jetzt hoch dann. Und die Rasten, dann. Du musst nicht nachhusten, ich huste. Ah, ich hab noch geantwortet. So, kannst du es nachhusten? Nee, bei mir noch nicht. Nö. Nee, bei mir einfach nicht. Ich kann es nachhusten. Spielt ein anderes Spiel? Ja. Wie lange dauert es noch mal? Ja, dort schon. Nicht das letzte Einzelne noch. Ich mach zwischensport und eins und zwei und drei und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Und sieben. Und sieben. Und sieben. Und sieben. Und sieben. Und au. Und au. Hä? Was war denn das jetzt? Wird er geschrien? Ich weiß nicht. Alles klar. Jetzt kann ich schlafen. Du auch? Jo. Okay. Er hat nur mitgekriegt. So, ich lass mal Sascha alleine. Er hat nämlich eine Latte. Das freut mich für ihn. Es ist sehr schön, wenn er eine Latte hat. Das Fleisch reift so sehr nach auf dem Stock, dass man es gleich wissen kann, sodass man es ja vorher gemacht hat. Ja. Weg damit. Was ist denn übergeworfen? Das war nur in so einem eingeborenen Effigie-Dings. Apropos Effigie. Eins zu bauen, wenn du meinst. Sollen wir noch eins hinbauen, irgendwo? Keine Ahnung. Was? Was hinbauen? Ein Effigie. Was ist das? Ich... Das ist das, was da unten brennt. Das ist sowas. Ach so. Das sind die Füße und so. Genau. Ich glaub... Stefan, geht das... Äh, die... Die Fischfalle nicht weiter rein? Müsste ich noch einmal eine probieren. Ich hab... ...gedacht, man kann es noch nicht rausnehmen, die Sachen. Müsste ich noch eine bauen? Oder machst du? Ich hab's hier in den Wagen genutzt, Freunde. Okay, danke schön. Wo waren die Effigies, schnell? Hier. Äh... Kleines Totem. Haben wir schon. Arm Totem. Großes Totem. Ach, das ist sowas. Okay. Äh... Nein. Nein. Feierabend. V-Mail. was ist los ist okay die das hat gesagt ja die sohn ist hier damit die Wieso braucht man eigentlich für die eine Falter im Wasser ein Seil? Schon mal gesehen, dass die anders aussieht als die anderen? Ja schon, hab ich bei meiner anderen kein Seil gebraucht, weil dann würde ich noch ein Seil brauchen. Wir brauchen für das Kreuz nur noch ein paar S. Ich bin dabei, ich bin nicht. Mach das schon. Amen. Oh Mann. Ah Mann, du Kitzspiele! Ich will die Hasenfalle aufstellen! Oh, ich esse einen giftigen Pilz vorher! Ja. Ja. Irgendwann ist das Spiel dran schuld. Natürlich ist das Spiel dran schuld, wenn sie die gleiche Taste für das Fallen hochstellen machen wie für das S. Was? Das war am gleichen Ort und es hat mir nichts angezeigt. Ich hab Videobeweis! Ich hab das. Ich hab das. Du bist ein eingeborener. Oh ich hab kein Ding mehr. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Bauarbeiter! Können wir das schaffen? Nein, was jemand so macht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, herzlich willkommen bei! Oh mein Gott, herzlich willkommen bei. Wie gehts? Oho. Oho, total lustig. Der kommt wirklich reingeworfen. Oh, ich hatte so Angst. Der kommt wirklich reingeworfen. Ja, der kommt wirklich? Oha, Moment. Oh, der Umfeld ist offen. Ist offen? Ja. Stefan? Ja, kann schon sein. Ich guck mal nach. Ich sag's doch immer, die Türe schließen. Oh, da hinten sind auch eingeborene. Reicht das? Ja, die sind bei uns erinnern. Nee, nee, ich meine hier unten. Das gehört da weg. Was das? Ich geh mal mit dem Wagen weg. Tschüss. Kack da nicht zum Wasser her. Sind sie drin? Einer von meinen dritten, ja. Na gut, zum Glück können sie nichts kaputt sind. Oh, oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Ich bin gleich da. Hey, willkommen in... Spaß! Frisor! Haben sie Spaß? Ja? Ja? Ja, danke. Ja, danke. Ja, ja, du da hinten. Kümmer dich du mit denen nicht zusammen. Ja. Simon. Hey! Danke schön. Na mal bitte. Wie wär's mit runterfallen? Aber nein, danke. Ich bräuchte ein paar Arme, falls jemand welche übrig hat. Der lebt noch. Hey, der hat noch gelebt. Ja. Ja. Oh, ich sollte, ich sollte, ich sollte, ich sollte irgendwie irgendwo, ähm... Wir haben... Äh... Hey! Wir haben... Keine Ahnung, was ich jetzt gegessen habe. So, jetzt geht's wieder besser. Aber so eklig! Ja, es sind zwei, zwei, äh, Arme. Juhu! Wie viel brauchst du den ganzen? Sieben. Lass ihn noch mal da. Lass ihn noch mal da. Ja. Wir... Ich weiß nicht, wie viel ich tragen kann. Hier links ist der Name. Wo? Ah, genau. Arme gesammelt. Wollen wir nur die Arme, gell? Jo, ich kann aber nur zwei Arme tragen. Du Armer. Ja, ich Armer. Mua! Ich mach am Back noch, okay? Ja, noch. Wie dürfen wir keine Hüfte schwimmen? Du... Nein? Nein. Die Arme werden gebraucht. Die Körper werden... Die Knochen buchen. Jeden Stück wirklich zu schwimmen. Nein! Denk mal, die Kinder in Afrika. Die haben nichts davon. Ja, die kriegen... Die haben... Die haben nicht mal zwei Satt. Ich bin lieber, weil ich da... Dort als hier, also. Ja, ich hab hier keine Stecken. Ich brauch Stecken. Eins. Zwei. Brennst du? Wer brennt? Nein, nein. So, jetzt. Brennst du? Ich frage der Fragen. Entschuldigung! Jo! Brennst du? Ja! Ja, jetzt. Feierabend! Ups! Leck! Wir brauchen noch... Zwiebeln! 75, äh... Um... Und fünf Arme! Mh. 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 Zwei Bäume können schießen? Eh, nein, Momentan noch nicht. Aber gleich wieder. Wir halten da schon wieder! AHA! AHHHHH Warum die Großen wieder verdienen? Oh nein, das lässt man nicht rein Ok, Tschüss Undere Echtzahlen mit der kettensäge Achtung der ist plötzlich in mir gewesen alles klar geht's für dich oder ja bis jetzt ist es einer aber es kommen noch mehr ich hör es schon wir haben den Wald hier ganz schön ausgewichtet ist er gut bisschen mehr Sonne Fische, wollt ihr nicht da mal da rein schwimmen? Nein, wollen wir nicht So, einmal ein Arm Oh, ist es einer drin? Ein Fisch? Ja Ne, den Kopf wollte ich jetzt nicht, aber dankeschön Ja, ich häng ihn oben auf Mach, das ist cool Vier von sieben, oh mein Gott ey Hast du die oberen schon genommen? Äh, ich weiß nicht, ob ich von oben schon alle hab, aber egal Oben waren sechs Wenn drei eingeborene waren noch Wanns drei noch nicht? Zwei hab ich ja schon mitgenommen Also müssen noch vier oben sein Ich guck mal nach, ich bin die gerade an Okay Oh, da liegen noch ein paar Knochen Warum? Aihihi, caramba Wenn wir das Kreuz fertig haben, mach ich einen Cut Dann geht's weiter Das Kreuz ist fertig, oder? Nein Ah ne, es macht nur Sticks, ja Ne, das ist auch nicht krass Wieviel braucht ihr von Sticks? Ah, ne, du warst mal zehn, glaub ich Warte Alter, du Kettenraucher ey Rrrrrr Ich geh mal gemütlich zum Kreuze Will die da rauf in die Wärmsteine kommen? Hm? Die Wärmsteine... Oh, da rennt nicht einer von der Seite da ey Okay, drei, vier eingeborene auf mir Nein 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 Und nochmal nein Nicht angreifen Nicht angreifen, friedlich bleiben Ich hab schon Ich hab schon Das einer ist immer weg Junge, bleib Gut, der rennt weg Ich hab keine Energie Pass down, bin down Immer auf zwei Auf mir Ich bin auch down Mann, was machen wir bei dem Spiel immer Höh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017